Willkommen zu Cultures, die Entdeckung Wienlands und wir spielen die letzte Mission, die uns noch übrig bleibt und zwar das Knochental. In dieser Karte gibt es keine Missionsvorgabe, spiele solange du möchtest. Das Knochental. Du bist der Fürst einer kleinen Wikinger-Siedlung und als solcher entscheidest du allein, was hier gespielt wird. In dieser Karte gibt es keine Missionsvorgaben, spiele solange du möchtest. Du bist Kundschaft, diese blöde Frau da erkundet für uns. Was soll das? Oh, wir haben schon ein Leben bearbeitet, das ist gut. Und wir haben auch schon... Ach, ich wusste gleich, dass wir eine Eisenmina haben mit der Mission. So, aus irgendeinem Grund ist diesmal das nicht unser Hauptflager, es wäre aber sehr interessant, weil das könnte nur vom Bogenschützen zerstört werden und hier hinten gekriegt und repariert werden. Das wäre auch mal cool, eine Art Wasserfestung. Wenn ich heute ein bisschen anders drauf bin, seht's mir bitte nach. Ich hatte vor kurzem Geburtstag, danke für die Glückwünsche. Ähm, ich mach jetzt mal schneller. Okay, es geht. Ähm, jedenfalls... Hatte ich eigentlich... Ähm... Musste ich deswegen zwei Kuchen backen, was auch kein Problem gewesen wäre für die Arbeit. Oh Gott, ist die Musik grad laut. Das ist ja... Ach, hier ist schon alles vorgebaut, das passt mir irgendwie gar nicht. Vor allem die Wohnzelte passen mir gar nicht. Oh, wartet mal, tut mir leid, aber... Wie platzt gerade das sonst das Trommelfell? Oh, das ist besser. Oh, ich dachte, hier kommt... Ach, ein Holzfäller haben wir auch schon. Ja. Ähm... Sehr gut. Und fahren wir da hin. Ah, jetzt holt er das. Ja, links haben wir es auch nicht so der wichtige Beruf. Ihr beiden könnt da rein. Ihr könnt mit der Wache stehen. Und ihr geht natürlich da rein. So wie sich das gehört. Jedenfalls habe ich zwei Kuchen gebacken. Aber das Kritische war eigentlich, ich bin gestern ein bisschen eher von Arbeit gekommen, damit ich tatsächlich zwei Stunden aufnehmen kann. Daraus ist natürlich nichts geworden. Weil unangekündigt ganz, ganz dringend Holz gemacht werden musste. Ich habe wirklich nichts dagegen zu arbeiten, aber... Was ich echt nicht leiden kann, ist, wenn ganz plötzlich ganz wichtige Sachen entstehen. Das konnte ich schon als Kind immer nicht leiden. Wenn eigentlich... Das muss noch ein paar Arbeiter mehr sein. Okay, die tragen tatsächlich nicht alle was. Irgendwo muss noch ein paar Arbeiter sein, der nichts zu tun hat. Nein. Der. Wenn viel zu tun ist, kein Problem. Man braucht es mir nur sagen. Ich helfe gern. Aber was ich nicht leiden kann, ist, wenn man sich was vornimmt und dann mit einmal... Das muss jetzt gemacht werden. Da bin ich sowas von allergisch. Ich mag das überhaupt nicht. Ich habe nichts dagegen, Arbeiten zu machen, aber... Man kann Sachen einfach im Voraus ganz oft sagen. Das ist gar kein Problem. Ähm, ich mache eine eigene Missionsvorgabe in dem Spiel. So wie immer. Und zwar mache ich... Wir müssen alle Stämme friedlich zu uns gesonnen haben. Das sollte möglich sein. Eisenschürfe, nein. Bauarbeiter, hast du gut gemacht. Also wie gesagt, da reagiere ich irgendwie allergisch drauf. Wenn es dann immer heißt plötzlich, das muss jetzt sein. Man kann die Sachen eigentlich auch vorher ankündigen. Dann kann man sich drauf einstellen. Aber alles andere ist immer Mist. Wenn du dann so gezwungen wirst. Ja, unzeltes ein Scheiß. Und jetzt brauche ich für andere Sachen. Jedenfalls bin ich da gestern, weil bin ich hineingekommen. Ich stehe ja um halb sechs auf. Bin um halb fünf nach Hause gekommen. Hab was gegessen. Bin dann raus. Hab drei Stunden Holz gemacht. Hab dann einen, äh... Papageienkuchen gebacken. Ist übrigens schön... Ähm... Schönes Rezept. Ich würde euch empfehlen. Von Chefkoch.de Tredis. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Tredis Papageienkuchen. Ähm... Steht zwar mit Pfand da. Ich mache ihn immer mit Milch. Da wird er fluffiger. Finde ich zumindest. Oh, Müllhaus erfunden. Dann brauchen wir einen Bäcker. Das ist ja super. Ähm... Das Schöne daran, an dem, ähm... Papageienkuchen ist, der ist schön bunt. Ähm, ja. Hab dann noch Milchreis vorbereitet für den Kuchen, den ich jetzt reingetan habe. Hab nämlich noch vier Stunden geschlafen. Das ist alles, was ich... Also, es sind einfach diese drei Stunden, die mir gestern gefehlt haben. Ich hätte auch zwei Stunden aufgenommen. Ich nehme jetzt früh um... Kurz nach fünf ist es. In einer halben Stunde müsste ich eigentlich aufstehen, um auf Arbeit zu gehen. Also, ich brauche aber auch zwei Folgen, weil sonst... Rate ich leicht im Bedrängnis, was meine Folgen angeht. Ja, ja, ja. Hier ist die nächste Farmer. Steht so mit Nahrung. Nahrung ist noch da. Ähm... Ja. In der Mission habe ich ein längeres Spiel gemacht, aber in der Mission haben wir ein Problem. Irgendwann geht uns das Holz aus. Ich werde euch am Ende der Mission hoffentlich zeigen, wie weit ich da gebaut habe. Oh, geil. Nein. Okay. 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 Ja, ja. Dann schauen wir doch mal, ob wir nicht bald die ersten Leute finden. Also es gibt hier mehrere, wie ihr wahrscheinlich schon aus meiner Aussage gehört habt. Darum mag ich diese Karte eigentlich auch so, weil es so viel zu handeln gibt. Nein. Das Wundt ihr allein? Ne, Wundt nicht. So, und die heißen... Die Steintors. 20 Weizen haben wir grad gar nicht. Wir haben grad gar keinen Weizen. Aber die handeln mit uns. Und zwar Schuhe gegen Wolle, was mich nicht interessiert. Geschirr gegen Leere interessiert mich auch nicht. Möbel gegen Speer, okay. Wolle gegen Bogen ist auch okay. Gold gegen Eisenrüstung. Also, die Sachen interessieren mich alle nicht so sehr. Das ist ganz okay, weil es noch einen anderen Handelspartner gibt, der uns Gold anbietet. Aber wir kriegen leider keine Schwerter dazu passend. Sonst wär's besser. Ach, dann Penn halt. Erschwerend kam heute früh dazu, dass meine Katze mich wieder so schön geweckt hat. Weil ich ja anscheinend nix zu tun hab. Die hat immer die Angewohnheit, die will um vier was zu fressen. Und dann kommt sie zu einem und schnurrt und schnurrt, bis man wach ist. Und ich hab sie dann zwei Treffer vom Bett geschmissen. Dann hat sie keinen Bock mehr gehabt. Das war ganz gut, aber dann war ich trotzdem wach. So eine Katze. Ja, wohl, eigentlich war es ganz gut. Da war ich wenigstens wach. Aber das wenig schlafen, das holt einen früher oder später eh immer ein. Das ist leider so. Ja. Oh, wir haben eine schöne Kaserne. Das ist ganz, ganz selten, dass die Wikinger auch eine Kaserne haben. Oh, ich möchte aber trotzdem mal alles erkunden hier. Und hier haben wir einen Elefantenfriedhof. Da pennt der schon wieder. Oh, ich hab kein Holz verlammert. Da füllen wir auch gerade ein, ja. Muss ich dann noch von drüben erkunden. So, also hier ist ein richtig cooler Friedhof. Also hier, okay, hier ist auch ein Wieson. Bright Eyes, Blumen in Light Fire. Ist übrigens die Musik von, äh, in ein Land von unserer Zeit kam, das ist ja mal in der Vorschau. Gött aber, glaube ich, nicht zu dem an sich. Brauchen auf jeden Fall noch einen Träger. Ja, das ist ja gerade wichtiger. Ja, das ist ja gerade wichtiger. Du darfst in dieses Haus einziehen und du wirst Träger und arbeitest bei ihm hier. Wir haben noch keins drin, das macht aber nichts. Äh, wir müssen dann sowieso erstmal die Produktion an an Weizen ankurbeln. Ja, das ist ja egal. Wo ist das? Kannst du wohl nicht machen? Jo. Nahrung ist hier noch relativ wenig drin. Ja, okay. Er hat zwar Holzwerkzeug, aber das Problem ist halt... Ohne Haus produzieren die sehr, sehr schlecht. Hab ich euch schon mal gesagt. Dann verbrauchen die ihren ganzen Schlaf und ihr ganzes Essen damit, dass sie rumlaufen, um neues Essen zu holen. Ich will... Ach, ich kann das nicht akzeptieren. Das muss weg. Ich hab halt meine Zwangsneurosen. Lass mich. Jetzt sind sie erst mal von da. Nahrung sinkt auf jeden Fall. Jetzt müsst ihr eigentlich langsam steigen. Nein. Was machen wir denn als nächstes? Warum arbeitet hier eigentlich keiner dran? Ich hab doch... Ich müsste doch noch einen... Ach ne, ich hab meinen letzten Bäcker zum Farmer gemacht. Okay. Äh, warte nicht, Bäcker. Ja, wer ist Bauarbeiter? Ach so, das war ziemlich unklug von mir. Ja, genau. Ich hab keinen Bauarbeiter mehr. Das war der Fehler. Ja, ich mach auch Fehler. Tut mir leid. Wenn übrigens mein Handy klingelt, muss ich dann gleich aufhören. Weil da muss ich aufstehen, offiziell. Ich hatte gestern eine sehr tolle Unterhaltung mit einem meiner Abonnenten, der immer noch sehr viel Spaß an meinem allerersten Display hat. Oh, das war nach Zeiten. Beim ersten Display hatte ich auch noch ein ganz anderes Aufnahmeprogramm. Da hatte ich jetzt die, ähm, das rote Mikrofon, was ich hier hab, also mit dem ich grad aufnehme. Da hatte ich noch so ein ganz, ganz, ähm, altes, kaputtes, weiß gar nicht, wie man die Headset im Grunde. Da hat's auch gerauscht. Da hab ich noch nicht nachbearbeitet, den Ton und gar nichts. Ich mein, ich glaub, so perfekt ist mein Ton immer noch nicht, aber besser krieg's auch nicht hin. Es ist auf jeden Fall mal schon deutlich besser geworden. Ich hab kein extremes Hintergrundrauschen mehr. Das find ich gut. Ja, wie...